Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Das Hausrind ist ein großer domestizierter Säugetier aus der Familie der Boviden, dessen Vorfahren der europäische Auerochse sind. Die ersten Beweise für die Domestizierung dieses Tieres stammen aus Mesopotamien und sind bis zu 8000 Jahre alt. Die rationale Zucht begann jedoch erst Ende des 18. Jahrhunderts. Weibliche Tiere werden als Kühe bezeichnet, männliche als Bullen, Ochsen oder Stiere. Es gibt verschiedene Typen von Hausrindern, einschließlich Milch, Fleisch und Arbeitsrindern. Ihr Fell kann unterschiedliche Farben haben, darunter von schwarz, rot, kaffee, weiß und gescheckt. Milchkühe haben einen gut entwickelten hinteren Teil des Körpers mit einem sehr großen Euter, das vier Zitzen hat. Hausrinder variieren in Größe und Gewicht erheblich. Ihre Länge kann zwischen 100 und 230 Zentimetern liegen, während ihr Gewicht zwischen 400 und 1000 Kilogramm beträgt. Die Lebenserwartung eines Rindes beträgt bis zu 25 Jahre. Die Farbe ihres Fells reicht von Fohn, schwarz, rot, kaffee bis weiß und gescheckt, mit manchen Rassen, die einzigartige Muster wie Flecken aufweisen. Milchkühe zeichnen sich durch einen stark entwickelten Körperbau und ein großes Euter aus. Kühe ernähren sich hauptsächlich von Gras, Heu und Getreide und können auch andere Futtermittel wie Silage und verschiedene Pflanzenarten verzehren. Sie sind Wiederkäuer und spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette, da sie durch ihre Ernährung Nährstoffe aus Pflanzenmaterialien umwandeln, die sonst für viele Tiere nicht zugänglich wären. Menschen und verschiedene Raubtiere konsumieren Rindfleisch, was Kühe zu einem wichtigen Teil der menschlichen Ernährung und Kultur macht. Hausrinder sind auf fast jedem Kontinent, außer der Antarktis, verbreitet. Sie leben in einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Ställen, Feldern und Weiden. Ihre Domestizierung und die Fähigkeit, sich an verschiedene klimatische Bedingungen anzupassen, haben dazu geführt, dass sie in vielen Teilen der Welt für landwirtschaftliche Zwecke gehalten werden, einschließlich Milch- und Fleischproduktion sowie als Arbeitskräfte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020